Hi Freunde, ich grüße euch. Dieses Zeug hier, Ichdolan, hat mir echt den Arsch gerettet. Ich zeige euch gleich auch warum. Das ist Zugsalbe, 50%, also die stärkere. Die ist rezeptfrei, die kriegt man in der Apotheke und bei Amazon und so weiter. Ich hatte eine fette Entzündung und zwar über den kompletten Bereich, den ihr gleich seht. Und dieses Zeug habe ich zwei Tage drauf gemacht, das hat das heftig rausgezogen. Klingt jetzt ein bisschen eklig, war dann im Endeffekt wie ein großer weißer Pickel und kam dann aber auch alles raus. Und ich habe immer noch eine Entzündung. Ich weiß nicht warum ich das auf einmal habe, ich habe das noch nie gehabt, aber dieses Zeug, ich habe mir echt den Arsch gerettet. Guckt euch mal die Fläche an. Mal schauen, warte. Guckt euch mal die Fläche an. Alles das was schwarz ist, das ist die Salbe. Und tatsächlich über diese ganze Fläche, wo ihr die Salbe seht, außer so weit unten, aber auf der ganzen Wange über die Fläche hatte ich eine heftige Entzündung, das hatte ich noch nie, ich habe mich nicht rasiert vorher. Von jetzt auf gleich, auf einmal eine Entzündung über, keine Ahnung, eine Breite von 5-6 Zentimetern und eine Höhe von 3-4 Zentimetern. Das tat heftig weh und dieses Zeug, was ich euch gerade gezeigt habe, und nochmal zeige, Freunde, das hat mir echt den Arsch gerettet. Natürlich, geht zum Arzt, wenn ihr sowas habt. Lasst es euch vom Arzt anschauen, geht zum Hautarzt. Ich habe leider so schnell keinen Termin gekriegt, ich habe damit erstmal gehandelt und das war Gold wert. Also, achtet auf euch, passt gut auf euch auf.